Hallo und BB-Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon Reignas-Lark. Ich hab trainiert. Sieht mein Kitzler. Ohne trainieren geht's mittlerweile nicht mehr. Wir würden sowas vom Beckelfrag, wenn wir es nicht hören. Und unser Tangela kann jetzt tatsächlich Antikraft Kitzler... What the fuck ist Kitzler? Ja, bringt den Gegner zum Lachen und senkt seinen Angriff und seine Defensive. Ist eigentlich ziemlich interessant. Megasauber und Giftpuder. Dann haben wir unsere Lady Slayers mit Poison-Tales, Word-Dance, Fane und Slice. Können bessere Attacken sein, wie zum Beispiel Erdbeben fehlen mir. Ich weiß nicht, ob Erdbeben-Alert ist, wenn man 60 oder so. Sonst hat es nichts geändert. Und lassen wir uns überraschen, was müssen wir noch erwarten. Gute Digga. Hallo. Remember me, I wore the Diffusion-Box. Gute Digga. Ihr seht alle gleich aus. Wieso ich nicht da... Wieso ich nicht da... Wieso ich nicht da... Wieso ich nicht da... Wieso... Wieso... Das ist keine so gute Wahl. Aber halt noch was. Ohne... Und ich... Und dann... Ach ja... Lass uns das vormachen, damit es uns zu attacken wird. Dann trauen wir es. Äh... Fast alles. Ja, setzt auf... Pokémon mit Elektro-Frägern. Ja, Elektro-Frägern. Ja, Elektro-Frägern. Hallo. Ich sollte mal eigentlich... Wo do you think I'm coming here, like you own place? Oh, das ist ja meine Welt. Flambo. Oh, hier war's. Der hat zu 0, das ist eine Pokémon-Tattung. 3. Oh. Hallo. Ah, der ist es wieder, ne? Sie sind alle aus Fusion Labs, ne? Aber tun so, als wären ich neu. Flambo. Was kommt jetzt von Flambo? Doch, man Flambo. Wir gehen kein Risiko ein. Jetzt bruchtet die Dinge. Selbst wenn wir sein, wir sterben, dann haben wir schnell zu. Ich bin einer der stärksten hier. Boah, mit dem Siana. Man kann es mir auch nicht wieder anhalten. Jetzt haben wir jetzt Ladies Player. Mit einer Fatal-Tax-Aus-Geschon-Problem. BAM! Das darfst du von Ladies Players mit Glück. Und jetzt guck mal, da fang sogar der Martin das machen. Mit einer Ape in Power. Das ist ja der Kampf als eigentlich Idiot. Und da macht Martin halt doch nichts. Ich glaube nicht. Oh, was muss ich jetzt? Hilft mir. Ach, nö, Martin. Ich bin jetzt verliebt. Hilft mir, denke. Tickel. Ich kann jetzt nicht mehr auswählen. Ich brauche keine Sorgen. Martin stimmt. Ich bin nicht recht. Pröster. Dann nochmal Vegadray. Bisschen. Martin hat gute Arbeit geleistet. Nochmal. Ach, guck mal. Da geht es ab. Da ist so ein Vollstuhl. Oder eher auf so einem Sitzplatzart. Da ist Regina, die irgendeinen Scheiß machen. Ich bin Part of Reginas Maynard. Ich bin Part of Reginas Maynard. Das sind alle ihre Main-Geschütze. Haben auch weit die seltenen nicht noch geschafft, aber die machen das so. Hyper-Meme, ist das der Ernst? Dass man alles zum Schlafen bringt. Dann kommt das auch weg. Und dann kommt das auch weg. Weil, wenn ich es hätte, dann würde ich nur so machen. Ich bin 70, aber halt. Hey, warte, jetzt bist du der Main-Geschütze. Der hier im Anschluss mit dem? Hey, so your name is Pius, right? So, der war ja deutsch, nicht mal, der war deutsch? Der war deutsch. Warte mal, den Namen ist also Pius, richtig? Was machst du überhaupt hier? I do not believe in Confluence, ghost at the door. Äh, ich bin extrem dankbar, dass du jetzt hier auftaust, mir zu helfen. Unsere Sachen sind hier im guten Lauf. Dieser Mann ist Pius und er hat gesagt, er möchte uns helfen, Team Fusion zu reinigen. Und das ist Sia, ein guter Freund von mir. Er ist der Champion der Tunout-Region und er hat uns geholfen, Team Fusion das letzte Mal zu stoppen. Didn't do such a good job, did we know, no? Charm to meet you, Sia. Ich hab ihn doch schon mal getroffen. Hm? Es steht jetzt so, als würde er mich nicht kennen, oder aber? Nun, es ist an der Zeit, dass wir mich mit meiner Mutter konfrontieren. Frage zwei, lass uns gehen. Du kannst nicht verbreiten meine Methoden, aber ich bin sicher, dass du mir helfen kannst. Ich hoffe, dass du mit meinem Freund mit meinem Freund verbreitet. Okay? Mutter! Ich weiß nicht, was du da tust, aber ich will sofort, dass du aufhörst. Oh, mein cowart, son, decided to show up. You have no right to order me to damage. You are no longer a part of his family. As far as I care, you are dead. So it's work you too and your friends to stay out of the way. By the way, who is that handsome man you are with? Never mind, in the end. It appears I know you captured it in the orb. When you were still with the temple rocket, rocket, you have it start in Donio. Give it to me now. Manusiax, and this phone I'm for cack. Yes, ma'am. Get up by there. I've received the ORF from the computer storage. I'll be recover the data to your computer. Yes, yes, the final orb is mine at last. Thank you for your convenience, Pierce. I will reward it, of course. So sorry, but there's no time to start. I'll cause them very better. I've got the data to get down. We're done here. Give it to you. Garth! It's really bad that we're the open people who are but I think there's nothing else that we can do. They said that they go to Belltower, right? Let us there too. Don't look at me like that. It's hard to be in elderly. Medical bills and we'll think it's easy being in a wheelchair. I did what I had to do to get the money, okay? At least this is 10 and white star. We'll just amount it. Yeah, we'll have some amount. Yeah, I'll tell you. I'll give it to you. Top six. Yeah. They all and what? . Oh, yeah. 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 Oh, yeah. Das heißt, unser nächster Ziel ist Bell Tower. Die hat es nicht kämpft, ne? Die ist über alles wieder weggenommen. Wir haben keinen Punktmull verloren, das ist doch schön. Hallo, ich möchte... Ja, ich bin auch von der Seite, die hier kommt hier. Lass mich vorbei. Ach, das ist der Breath Tower. Oh, das ist der richtige. Ah, hier sind sie schon wieder, ne? Lass mich vorbei. Überlassen sie mich auch. Jetzt ist schnell, Leute. Oh, da geht das Hardcore Battle. Ich glaube, man kommt vorbei. Tschüss. Oh, das geht auch noch. Ich dachte, es kommt... Oh, ich gucke mal eine Battle wieder. Gut, dass wir das schon haben. Was ist das? Echt? Hallo, alter Mann. Wie geht's? Das ist auch so. Und damit hat es auch so. Boah. Ja, scheinbar gibt's hier noch zwei Instienten. Aber gewünscht. Was geht's? Ja, das wird eine TPC-Empisode für die Waffe Zeit gegen diese Grand-Episode. Ich nenne sie Us Against Team Fury. Edward! Edward! No, den Kopf aus, den Survivor! Hat einer unserer Wuppe gezählt und gesagt. Kann ich nicht verzeihen, diesen Survivor. Lichter Raum. Ach ne, das ist ja auch genau so aufgebaut. Ich hasse dieses Racer-Behas. Ich habe Marats zwar zu viel los. In dem Fall auch wieder Marats zwar zu viel. Ich werde aber eigentlich auch mal ein anderes Bogen nach vorne setzen. 73 ist schon ziemlich hoch. Martin macht das jetzt erstmal ne Weile. Ich hoffe auch, dass Martin da gewachsen ist. Hallo. Are you lost? Nein, ich wollte einfach schon mal vorausgegen die Kämpfe. Weil... Weil du einen Taurus hast. Der meine Attacken runtergesetzt hat. Und dann macht er das mal Ticket. Und dann vergift ich dich. Und dann saug ich dir deine Lebensanagie raus. Und dann haue ich dir Ancient Power ins Gesicht. Oh, dein Ernst. Und nochmal Trigger. Dann haue ich dir nochmal Ancient Power ins Gesicht. Und dann saug ich dir dein Lebensanagie raus. Ja. Absolut. Voll durchgebrochen. Boing, 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 boing. Am Ratzfass. Sieht so aus, jetzt könnten wir hier kein Pokémon fangen. Außer am Ratzfass. Dann werden wir das auch tun, weil... Äh. Was hier lagen? Aber er ist ganz oben, weil die Bench aber immer stärker. Und hopp, und hopp. Und hopp, hopp. Ähm. Nee, geht nicht weiter. Hat er das kaputt gecatcht, oder komm ich jetzt wieder an? Hopp, 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 hopp. Hopp. Nee, verwandt. Ich muss da lang. Verrückt. Und hopp. Vielleicht könnt ihr hier doch irgendwo sein. Tatsächlich, da oben. Tatsächlich. Verrückte Musik. Zeig, 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 zeig. Nothing could move this way. Ja, das ist doch unser... Unser... Ah, so geht's hier. Soll er uns doch wo, wir sauben ihn aus. Lasst es durch. Ja, das ist doch so ein ganzes Spiel weg. Jetzt muss ich endlich noch kämpfen mitmachen. Wir nehmen alle mit, wir brauchen das Leben. Ich glaube, ich habe ja auch kein Problem. Aber auch gar, aber auch nicht sonst. Oh, das der Überblick reingesetzt hat, liegt jetzt schon ziemlich dreist. Was hat er nur davon? Bugwater, da müssen wir auswechseln, sonst haben wir nicht mehr viel von unserer Bugwater. Oh, ich hoffe nicht. Oh, das stört mich auch nicht. Ja, das ist der VW, ich hab nicht so. Aber da gehen wir nicht weiter drauf, weil wir wollen mit nachdenken. Und surfen. Ah, Lady Slayers hat schon einiges abgekriegt. Der Rest kann das verdauen. K-Bro, nett. Ah, das ist das, das K-Bro, das müssen wir weiterkommen oder was? Äh. Komplizierte Scheiße läuft hier. So, da rein, da oben rein. little. Da oben rein steigen. Da oben rein steigen. es kein robo kommt dann ist jetzt kämpfen kann nage mich nicht drauf fest Na, hab ich keinen Preis. Wie geht's denn sonst bei uns so lange? Weil ich sie so gewappt ist. Joa, sieht gut für uns aus, und zwar nicht. Ich durfte doch dieses Retter zu leben. So, und underestimate the power of the Scouts Throne. Geht da hoch? Dann tue ich noch so, als würde ich akzeptieren, dass ich diese Scheib-Paydrop einsetzen muss. Okay. Nächster Versuch. Ich erweich noch. Oh, es geht denn um in die Hand? Wie kommen wir hier sonst? Ja, was du da zurückkommst? Da komm ich auch zurück. Das ist die erste Ebene, da kannst du nichts machen. Die zweite Ebene kannst du... ...verschiedene Dinge tun. Nein. Ja, Leute, das kann sich jetzt nur noch ein paar gehandeln, bis wir hier rausgehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017